Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einer neuen Folge Roblox, der ist cool. Ich habe ein bisschen vorgespielt, aber ihr habt nicht so viel verpasst. Hallo, ich fahre. Oder? Backt man sich durch die Erde. Oh, ich hasse den Roller. Venom, Spider-Man. Niemand ist bei mir, Spiderman wohl nicht beliebt. Manche haben mich schon gefreut, dass ich einen Nachbarn habe. Ich habe keine Art. Es geht weiter. Was für Geld, Cash und Blieben, Pansch nach Verkäufer. Was willst du? Gut, jetzt schon mal. Ich pack mich noch mehr durch die Erde. Langsam macht es Bock. Es geht weiter. 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 Ich hab mir das da. Ich hab mir das auf ein 80 Robots. Ach man, ich hab mir 5. Noch ne Wands. Keine Ahnung, ich schließe hier nichts. Ich kaufe alles. Bella, wirst du Slicke. Was machen wir hier bei meiner Hause? Gehen sie weg von meiner Hause. Das ist meine Hause. Verstanden sie Hause? Kaufen sie sich selber ein Hause. Ich glaube, ich hab sie noch so viel gesagt. Jetzt hast du erst so viel gesagt. Jetzt? Ja. Geil. Das ist gut für Schläge. Habe ich gerade gemerkt. Weil ich bin immer zu sparen. Ich muss mein Freund rüber fragen. Ich muss mein Freund rüber fragen. Das tut mir auch schon so G. Früher war immer Ding. Früher hat irgendwie jeder nur YouTuber-Tycoon, YouTuber-Tycoon, YouTuber-Tycoon und noch mehr YouTuber-Tycoon gespielt. Aber Alter, kriegt man hier nur das Gleiche. Ich bin Joker. Ich bin Joker. Ich bin Joker. Ich bin Joker-Tycoon-Troger. War hier eigentlich sogar ein Joker-Film? das macht irgendwie mehr bock seitdem ich allgemeine verkehrskontrolle wer auch schon ganz grob in spiel schreibt es in die kommentare schreibt einfach ich abonniert habe und mehr braucht nichts in die kommentare zu spielen weil ich kann ähnliche kommentare lesen also schreibt immer ein schiff Das ist ja... Voll witzig! Okay, ich versuche noch zu groß, das ist noch zu groß. Also, jetzt kann ich mich überspielen. Was wollte ich? Lass mich auch schon machen, dann. Ich hab einfach einen auf den Server eingeschickt. So... Söööö, Sööö... Söööö.... Denn der mal sööö ist schon dafür bei dem einbrechen. Na, ein paar Scherbäffchen. Ja. Man, nein. Anst시죠. Timex Sony weiter ich bin jetzt ich bin es nicht mehr was jetzt das macht ja echt viel schaden raus aus meinem haus das macht er ich bin krass alter was ich bin es nicht mehr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Allright ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, doch, es ist einer. Das ist hier bei uns nicht. Ich würde ihn zerstören. Wer ist jetzt hier bei mir? So, ich bin ein Gluck-Kämpfer. Ich mag den... Alter, so ein Soudoku-Kämpfer. So ein Soudoku-Kämpfer. Kleine Soudoku-Kämpfer. Ich komme mit wieder. Verwendet ich verwendet. Jungen, so ein Soudoku-Kämpfer. Komm her, kleine Soudoku-Kämpfer. so dass das wieso spotty ist bei mir nichts ja wieso dann sparen sie jetzt so dass ich selber was kaufen Kleine, kleine Vogel. Günstig. Da kriegst du so was kaum. Scheiße. Ich hab mich selber mit Spucker verschluckt. Was ist los? Was geht los? Hm. Hm. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Es ist, es ist es. kennt ihr diese Tycoon, da wo ihr hier reingeht? Habt kein Geld, gar einen Verdietungs, aber könnt nicht das Geld sehen, was ihr verdient habt. So. Das ist glaub ich die beste Logie. auf ihren guter baus ist rein bitte ich bin der beste Sniper kleiner entspannst du mal bei dir aber danach wenn du nicht angreifst dann gibt es einen Small verstanden aha der rennt jetzt wieder klug an das muss ich jetzt schon sagen wer weiß er kriegt auch was neu dann lauft er ab ja warum sind hier noch mehr Treppen Treppendienst nichts füllen erinnert mich an Russland das ist ein der 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 die der der nicht mehr lebt. Hä? Ich hab hier nichts mehr. Hä? Wer kennt das Lied? Wann hat mir jetzt einen Zweckliff gekauft? Dann nehmen wir das hier. Dann ist es weit runter. So, hier hin. Ich kann mir leider nichts kaufen. Die Pleite. Ich gebe keine Pleite. Feige. Die Feige laufen immer, immer. Feige. Jo. Der Schneiderbrot ist doch am Ende der Zweiter. Dann nehmen wir auch einen Beratischen Swiper. Bläh, 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 bläh. Was? ... Nach einer zum Zweiter. Und du und du! Oh! Lalalalalaaa. Oh, das ist normale Duc. Du... Da kann der wirklich schießen. Hä? Die Lama funktioniert nicht mehr. Ey, Digger. Leon, soll ich dir sagen, was der Mod gemacht hat? Man kann nicht mehr Lama benutzen. Guck, zeig ich dir mal. Oh, du kannst wirklich tanzen. Guck ich zuerst mal, damit die Lama nicht mehr rauskommt. Ist interessant, interessiert jeden hier? Ja. Guck Leon, und jetzt? Hä? Das sollte eigentlich nicht noch... Pass doch alles. Jetzt? Ein Kabelstum werden. Haha, voll witzig. Ui, oh Gott. Brauchen wir nicht schießen können. Wer kennt das? Hä? Petro kann brennen? Woher ist das? Ah, scheiße. ... 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 Das brauche ich mitzunehmen. Ich habe das mit dem Reiter brauche ich mitzunehmen. Ich verstehe nicht so gut. So, wir stehen inzwischen hier zum Kaufen offen. Dann nehme ich das da. Wohin ich habe das mitzunehmen. Tschüss meine Freunde. Das ist nicht so viel Spaß mitzunehmen. Ich rede mitzunehmen. So, 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 so. So, 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 so Ich hab das verloren. Ich hab mich jetzt verlassen. Boah, Norman. Ich will nichts mehr zurück. Danke, Ludi. Sie sind wieder weg. Und sie ist wieder weg. Wer kann es denn vorsehen, der gibt seinen Ausflug. Und ist weggeflogen. Könnt ihr das euch vorstellen? Einfach so was weggekommen. Und weggeflogen. Also, ich mach dir den Tag, der kommt gar nicht. Ich will ihn nicht weiter. Also das war's mein Video. Wenn es euch gefallen hat, dann tschau, Leute. Das war's mein Video.